Wie findest du meine neue Frisur? Ich hab'n tollen Frisur entdeckt. Hey, schau doch auch mal an die gelben Seiten. Nach nem Fitnesstrainer. Bist nämlich ganz schön fett geworden. Kinder, Emilio ist da. Oh, ah, Ciao, Bella. Tolle Haare, wann fahren wir nach Rimini? Rimini? Oh, Emilio. Gelbe Seiten? Machen das Leben leichter? Diesen Mott bin ich leid. Der Staubsauger fährt mir ins Kreuz. Quälen Sie sich nicht länger. Jetzt gibt Zwiffer den revolutionären Staubmagnet. Er gleitet durch das Haus. Den Staub, den frisst er auf. Alles klar mit Zwiffer. Er zieht Staub an und hält ihn gefangen. Auch Haare und Fusseln werfen sie einfach mit den Tüchern weg. Zwiffer mit einem Zwiff den Staub im Griff. Cabin Crew, please prepare for landing. Vorfreude, das einzig Wahre. Tempo fragte, wie siehst du aus, wenn du Schnupfen hast? Meine Nase ist so rot. So. Damit es weder groß noch klein so hart erwischt, geht's Tempo Plus mit Aloe Vera. So geschmeidig. Weiß wie ein Schädchen. Schön kuschelweiß. Nur der hat noch eine gute Nase. Tempo Plus. So geschmeidig. Verlass dich drauf. Steve, kommst du? Sorry, voll im Stress. Hi. Was ist denn jetzt? Steve, was hast du denn da Feines? Äh, einen Schokoriegel. Schokoriegel? Hey, warte. Die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Ich glaub's nicht. Oh, sind die lang. Schmeckt ungewöhnlich leicht. Fast schwerelos. Schwerelos? Für die einen ist das Duplo, für die anderen die wahrscheinlich schwereloseste Praline der Welt. Runter von den Schulden. So schaffen sie's. Wo's Hilfe gibt, der beste Sparplan. Jetzt in Bild der Frau. Ideen, Rat und Lebensfreude. Wenn ein Kind erkältet ist, können die Hände einer Mutter so viel geben. Fürsorge, Trost und Kraft. Experten nennen das Streicheltherapie. Das ist der eine Grund, warum Vigvaporub so wirksam ist. Der andere sind die medizinischen Dämpfe. Sie beruhigen den Husten, befreien die Nase und halten schön warm. Nichts kann ersetzen, was in Ihrer Hand liegt. Liebe und Vigvaporub. Therapie für schnelle Genesung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie an Arzt oder Apotheker. Sechs Pfund leichter in fünf Tagen. Die Gemüse-Reis-Diät stärkt Herz und Nerven. Jetzt in Bild der Frau. Ideen, Rat und Lebensfreude. Lassen Sie Ihre Ansprüche wachsen mit dem neuen Polykur. Die Hochleistungshaarpflege mit der Doppelkraft aus Botanik plus Forschung. Diese Doppelkraft macht Polykur so stark, dass es Ihrem Haar sichtbar mehr Glanz und messbar mehr Kraft gibt. Das neue Polykur. Doppelkraft glänzt einfach stärker. Von Schwarzkopf. Akte X. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Gehen Sie hier jetzt auf den Grund unter www.timelive.de Fertig zum Ausgehen? Alles frisch gewaschen, aber voller Falten? Da braucht man den neuen Downy-Gewebekonditioner von Lenore. Der Unterschied ist klar. Weichspüler bleiben auf den Fasern. Downy dringt tief ein, glättet sie wie ein flüssiges Bügeleisen für leichteres Bügeln. Und manchmal gar kein Bügeln mehr. Anziehfertig, ausgefertig. Downy, der Gewebekonditioner von Lenore. Erkältungszeit. Sie haben Fieber, Schmerzen und Schnupfen. Dann brauchen Sie Grippostat C. Gegen Fieber, Schmerzen und Schnupfen. Mit der Extraportion Vitamin C. Damit Sie schnell wieder fit sind. Grippostat C. Fieber, Schmerzen und Schnupfen. Ade. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Die ganze Kraft der Natur. Le Tatar. Was macht das neue Fahrer so unendlich erfrischend? Ist es die einzigartige Kombination der exotische Düfte und der feuchtigkeitsspendenden Formel für eine spürbar geschmeidigere Haut? Es ist diese einzigartige Kombination, die die Frische von Fahrduschgel so lang anhaltend wirksam macht. Das neue Fahrer. Die unendliche Frische. Taxi! Einmal bitte zum Friseur. Feldweg 96. Ähm, ich glaube, wir suchen eher die Nummer 296. Vielleicht war es ja eine andere Straße. Nee, also hier sind wir ganz falsch. Alle Straßen, Hausnummern, Postleitzahlen. 1188 0. Die Serviceauskunft gibt es auf CD sogar mit deutschlandweiter Routenplanung. Telegate. 1188 0. Da werden Sie geholfen. Krombacher. Ein Pilz. Kostbar. Wie seine Natur. Frisch und rein. Wie das Felsquellwasser, mit dem es gebraut wird. Krombacher. Eine Perle der Natur. 10 Jahre Marie-Claire. Wir feiern Geburtstag. Sie bekommen die Geschenke. Preise im Wert von 100.000 Mark. Mehr Reportage. Mehr Mode. Mehr Kosmetik. Mehr als 300 Zeiten. Neugierig auf mehr? Marie-Claire. Jetzt im Zeitschriftenhandel. Sport gibt einem so viel Energie, wenn die Nase frei ist. Jetzt neu. Vic Respiro Vivo. Mit flüssigem Kern, ätherischen Ölen und Menthol. Hilft den Hals zu beruhigen und die Nase zu befreien. So können Sie tief und befreit durchatmen. Vic Respiro Vivo. Atme dich frei. Alcatraz. Streng bewacht und ausbruchssicher. Es hat noch keiner geschafft. Halt doch so! Bleib mich raus! Als Häftling bleibst du hier dein Leben lang. Es sei denn, du hast keine Angst mehr vor dem Tod. Ich werde einen Sturmtropf schicken. Am Rande der Hölle. Am Sonntag um 22.15 Uhr bei Kabel 1.